Bhagavad Gita, Vers 2.32 O Partha, glücklich sind die Kshatriyas, denen sich unverhofft solche Gelegenheit zum Kampf bietet, da sie ihnen die Tore der himmlischen Planeten öffnet. Erklärung Als höchster Lehrer verurteilt Shri Krishna die Haltung Arjunas, der sagte, Ich sehe in diesem Kampf nichts Gutes. Ewiger Aufenthalt in der Hölle wird die Folge sein. Solche Äußerungen in Arjunas waren einzig und allein die Folge seiner Unwissenheit. Er wollte bei der Erfüllung seiner besonderen Pflicht keine Gewalt anwenden. Für einen Kshatriya ist es eine törichte Philosophie, auf dem Schlachtfeld zu sein und nicht zu kämpfen. In der Parashara Smriti, den religiösen Gesetzen, die von Parashara, dem großen Waisen und Vater Vyazadevas verfasst worden wird, gesagt. Es ist die Pflicht des Kshatriya, die Bürger vor allen auftretenden Schwierigkeiten zu schützen. Aus diesem Grunde muss er in manchen Fällen Gewalt anwenden, um Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. Daher hat er die Pflicht, die Soldaten schlechter Könige zu besiegen, um daraufhin auf der Grundlage religiöser Prinzipien zu regieren. Wenn man alle Gesichtspunkte in Betracht zieht, gab es für Arjuna keinen Grund, sich vom Kampf zurückzuziehen. Wenn er seine Feinde besiegte, würde er sich das Königreichs erfreuen können. Und wenn er auf der Schlacht sterben sollte, würde er zu den himmlischen Planeten erhoben werden, deren Tore ihm weit offen standen. Zu kämpfen würde ihm also in jedem Falle nur Gewinn bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017